Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Graf Nikolai und yeah, wir gönnen uns heute hier das nächste Monster aus unserer Monster Energy Drink Reihe und yeah, heute habe ich hier für euch das Monster Juiced, Energy Juiced. Yeah, was steht hier? Irgendetwas mit Mexiko, ey, keine Ahnung. Kohlensäure-hältiger Energy Drink mit 15% Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten. Yeah, wir gönnen uns das hier, ich habe das noch nie probiert. Gucken wir mal, ob das gut schmeckt. Oh, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich hasse ja Monster, ihr wisst's, Leute. Okay. Yeah, da oben steht ja Mango Loco und es hat einen richtig nice Mango-Geschmack. Yeah. Tatsächlich überzeugt mich dieses Monster Energy Drink mit dem Mango-Geschmack. Ist zwar nicht so geil wie die, wie die SPG Reihe, die Energy Drinks waren ja eigentlich mega geil und das hier ist wieder so absolut süß, ey, wie das normale Monster. So, so übertrieben süß, die Scheiße, aber ist nicht schlecht. Bekommt sogar eine 7 von 10. Und yeah, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer Grafs Nikola.